Ich glaube, dass die Leute trotzdem noch schwarz fahren, weil das Risiko, erwischt zu werden, einfach so gering ist, dass die sich wahrscheinlich denken, das lohnt sich auch bei 60 Euro noch. Vielleicht ein wenig ergibt das trotzdem, weil eigentlich ich habe immer meine Monatskarte und die Leute, die das immer kaufen, kaufen sowieso immer. Und die das nicht machen, die hoffen auf Wunder. Jetzt werde ich nicht erfassen, aber trotzdem vielleicht, wenn sie einmal 60 Euro bezahlen müssen, würden sie weiter kaufen. Was weiß ich, menschliche Natur ist irgendwie kompliziert. Bis sie dann erwischt werden, dann fahren sie wahrscheinlich nicht mehr schwarz. Ich vermute nein. Ich glaube eher, dass es sinnvoll wäre, so auf dem Solidaritätsprinzip etwas mehr zu bestehen sozusagen. Ich denke, wenn man das mehr kontrolliert und erhöht, vielleicht schreckt es dann die Leute doch eher ab, dass sie schwarz fahren. Allerdings muss man dann auch dazu sagen, sollten sie an den Bahnhöfen dann auch Automaten stellen, die dann auch funktionieren. Aber ob ich jetzt 20 Euro mehr bezahlen müsste oder nicht, ich glaube, deswegen kaufe ich mir keinen Fahrschein. Wenn die Leute ein bisschen mehr Geld haben, würde es nicht passieren, denke ich mal. Viele Leute fahren, junge Leute oder ältere Menschen fahren schwarz, weil sie kein Geld haben. Die Stadt soll sich ein bisschen um die Menschen kümmern. Vielen Dank. Wide. Untertitelung des ZDF, 2020